Ich bin selbst gespannt, was er so mit sich birgt. Ich habe nur ganz grob was gelesen. Fragen wir die Gute doch mal, ne? Ich weiß, dass ich falsch war. Ich habe versucht, den Destroyer zu retten, durch die Bellen des Oblivion zu verhindern. Aber das nicht nur hat uns verloren, hat uns auch unser Zukunft zu verhindern. Der Zukunft kann sich verändern, indem wir in der Vergangenheit leben, mit all of one's might. Das ist das, was ich gelernt von euch zu sehen. Danke, Chocobo. Sherma und ich werden immer wieder sein. Ich kann letztendlich überfüllen, die ich mit ihr gemacht habe. Memorien der Vergangenheit machen mich stärker in der Vergangenheit. Und es ist das Herz, das die Zukunft verändern kann, um ein schöner Herz zu verändern. Okay. Ah, ist das gemein. Ist das gemein. Und dafür haben wir unsere guten Sachen hier ausgerüstet. Und die vielen Potion und Turboeter. Und ich habe sogar noch zwei Blumen auf der Farm geerntet, die uns Shell und Protect geben könnten. Und ach, und ach. Ganz im Ernst, das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst, dass das einer mit Spezialregeln ist. Das ist echt gemein. Dafür habe ich mir Bahamut also aufgewahrt, ja. Tja. Wie dem auch sei. Da hat man mich im letzten Part also quasi nur mal so richtig auf die Schippe genommen. Naja, warum auch nicht. Okay. Wir bekämpfen drei Schatten von Chroma, die auf Level 90 sind. Ohne Waffen, ohne Items. Aber immerhin mit Mut und Selbstvertrauen. Und Weißwaggie. So. Da kommt schon der erste Schatten. Ach, es ist eine Echse. Na gut. Ne, da geht es nicht weiter. Hm. Geht doch weiter, aber im Kreisen. Ja, es ist nicht so mein Interessensgebiet gewesen. Aber okay. Ist egal. Ich hätte gedacht, es würde noch länger weiter nach unten gehen. Da ist doch die Treppe. Ja, mein Kätzchen. Ja, so ein bisschen Licht. Ist ja dunkel genug hier, ne. Also, mach mal eine Lichter. So, das war Absicht. Das war reine Absicht, damit ich noch daran denke, zu trippeln. Jo, kling. Weiter. Ja, Gegensätze sind schon merkwürdig und trotzdem notwendig zugleich. So. Da geht's weiter. Da haben wir eine Medusa. Die uns abknutschen möchte. Wie wär's mit dir? Okay, jetzt geht's weiter. Gut. Das ist schon der letzte. Okay. War doch weniger anstrengend, als jetzt gedacht. Und dasselbe auch für dich. Gut. Kriegen wir das nochmal voll? Ohne, dass noch jemand kommt? Ich starre jetzt auf die Minimap. In der Hoffnung, keinen roten Punkt gleich zu sehen. Komm, wir helfen ein bisschen nach hier. So. So. Okay, gleich sind wir soweit. Meine Lieben, wünscht mir ein letztes Mal Glück. Bitte. Bitte. Ich hab Angst. Ich hab echt Angst. Ich hab keine Items. Boah, das ärgert mich so. Das ärgert mich so. Oh, komm. Es war nicht ganz voll, aber egal. Raffaello, lass mich dir helfen. Wir werden den Destroyer von within attacken. Du. Ich. Sherma. Und Chocobo. Wir können das, wenn wir zusammen sind. Okay. Ähm. Ich hab ein bisschen Angst. Race. Deswegen als allererstes. Teleport. Okay. Okay. Von da angriffen, da angreifen, da angreifen. Mhm. Ich hab's befürchtet. Ja, läuft nicht ganz so gut, wie ich es jetzt erhofft habe. Aber hey, sind ja auch nur... 10 Löffel Unterschied, ne? Na gut, gehen wir wieder hier hin. Und... Nehmen wir mal Shell. Jetzt ist bei denen die Luft anscheinend raus. Okay. Ähm. Nein. Na gut, ich komm mal näher ran an dich. Shell war offenbar ne gute Idee. Ähm. Ähm. Ja nö, ich... Okay, okay, ich hab's verstanden. Kann nicht erstmal. Wundert mal eben. Durch die Teleportationen versuchen die aber auch, äh, mich zu verwirren, ne? Kann das sein? Ein kleines bisschen? So wie... Hütchenspiel, so ungefähr. Ja, da sollte man sich vielleicht ja doch merken, wo welcher Schatten gescheinend hat. Von wegen HP und so. Ähm. Ich würde gern mal ein Äther verwenden, aber ich darf ja nicht. Gut, Charge. Vielleicht... Zwei. Versuchen wir's einfach mal mit dir. Charge. Das ist gut. Nein. Ob Slow was bringt, ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ähm. Erstmal ne gewöhnliche Heilung. Ich sollte wieder Shell verwenden. Dann nochmal heilen. Ja, ich weiß, die Phoenix-Feder funktioniert zwar eigentlich noch, aber... Die Cursed hat auch sehr viel MP, deswegen möchte ich mir das auch noch kurz ersparen. Na, das war jetzt... Ich wollte eigentlich diagonal laufen. Ich glaube, mit einmal Holy wäre das Ganze schon wieder geregelt, ne? Dann wäre es geratzt. Dann Explosi. Komm mal wieder. Dann Tabere Onze nicht. Ich hole mich anh, Gott. Ich hole mich jetzt hier. Sie Jochen. Ich hole mich gerade. ÜzählAR業. Wir sind Tommy Rücken. Für mich gewöhnen. Ich starte mit. Oh, Shell ist schon wieder weg. Nee, doch nicht. Das zuerst. So. Okay, die Schatten halten sehr viel aus. Und jetzt ist mein Shell ja weg. Ah, das können wir kurz bejuden. So. Charge. Ich riskiere es dir. Okay. Okay. Schade. Hätte ich nur mein Ultima-Talon, ne? Ne. Seien wir mal ehrlich. Seien wir doch mal ehrlich. Nein. Kommen wir ja noch mit dem Ultima-Talon. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist doch jetzt nicht euer Ernst. Mädels. Jetzt wollte ich wieder Diakonar gehen. Das ist ja so. Oh. Mhm. Mhm. Oh. Auch schnell Shell verwenden. Wir kommen näher. Ähm, okay. Bäm. Du wusstest, wie das verlaufen würde? Natürlich trete ich dann nach dir. Du teleportierst dich dahin. Und du hinter mir. Mhm. Ähm. Jetzt oder nie, ne? Hm. So. Noch schnell regenerieren. Ja. Noch mal ganz schnell. Ich brauche dringend SP. Okay. Wieder in die Ecke? Ja. Sicher? Okay. Dann wieder da hin. Okay. Noch mal Charge. So, dieses Mal die etwas bessere Heilung. Nochmal Shell. Also ich bin schon sehr angespannt. Jetzt bin ich genau zwischen denen. Natürlich. Okay. Dieses Feld ist nicht groß genug für uns vier. Entscheidet euch. Haha, der erste ist besiegt. Wunderbar. Jetzt sind noch zwei. Nur noch. Noch eine Charge. Ja, das war knapp. Soll ich natürlich nur noch schauen, dass ich die beiden treffen kann. Genau, komm mal näher an mich ran. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Zack. So, Dia. Wir haben ja noch die Phönix-Feder glücklicherweise. So, das ist der zweite Schatten gewesen. Und jetzt kann ich so ein kleines bisschen offensiver handeln, glaube ich. Hoffe ich mal. Okay. Charge. Und nochmal Charge. So, jetzt muss ich nur noch in einer Linie mit ihr kommen. Nicht schlimm. Alles gut. Alles gut. Gut. So, und Holy. Ja, das ist der eine Schatten, den ich bisher kaum angegriffen hatte. Dafür jetzt aber. Gut. Sehr gut. Wir haben es geschafft. Die Schatten von Chroma sind besiegt. Genau. Die Schatten von Chroma sind besiegt. mit dem Flöten. Und mit dem Flöten. Aber ich kann es noch nicht fühlen. Die Schatten von Chroma sind besiegt. Die Schatten von Chroma sind in silence. Ich muss gehen. Und ich muss gehen. Ich muss beten. For the birth of the new sacred beast that is to come some day. Raffaello, I will believe in the crystal. Sherma, I will believe in people's thoughts. Chocobo, thank you for giving me another chance. I am Chroma Magnolia, the Oracle of Darkness. We'll always be together. The promise I made to Sherma gave me strength. But we have to give each other our freedom. Sherma has a future, and so do I. And we can't stand in each other's way. Chocobo, when these scars heal, I am going to leave on a journey. It will be a quest for the dark crystal, which has disappeared. I imagine the journey will be a long and hard one. But remember, Sherma, no matter how far apart we are, our hearts will always be together. Ein paar schöne Worte zum Abschluss. Ja, ich bin überwältigt, dass das jetzt leider doch vorbei ist. Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist die Schirma eigentlich? War interessant, dass Chroma dann eine Reise betreten will. Ich meine, gut, Raffaello ist ja jetzt auch auf Reisen mit dem Luftschiff. Ah, da ist sie ja. Hi. Hä? Hä? Jetzt, dass diese Stadt wiederholt worden ist als Bound-Time gezeichnet ist, müssen wir auf unsere Zeit halten und machen mehr Erinnerungen, wie Herr Gale sagte. Das warm Gefühl, ich habe, als ich dich kennengelernt habe, Chocobo. Und das Gefühl, ich habe, als ich endlich mit Chroma wiederholt habe. Sie werden alle schönes Erinnerungen werden. Und mit Raffaello, es gab viel, was mit ihm passiert, aber er war derjenige Chroma in der Ende. Chocobo, ich werde stärker sein. Ich werde deinen Beispiel folgen und werden stärker, als ich jetzt bin. Sehr gut. Sehr gut. Eigentlich könntet ihr auch zu zweit reisen, ne? Fällt mir gerade so ein. Schön. Ich überlege gerade, eigentlich könnte ich auch nochmal nach Sitch gucken. Ich meine, bei ihm gibt es auch noch eine kleine Cutscene. Gut. Ja, mir fehlen so ein bisschen die würdigen Abschlussworte, muss ich ehrlich gesagt bestehen. Na ja. Hi, Sit. Well, Chocobo. Looks like I've got the best partner a guy could hope for. Das klingt doch toll. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass ich ein neues Luftschiff bauen wird. Ich meine, es ist Sitch. Das steckt in seiner Natur. Das steckt in seinen Genen. Oder zumindest in seinem Namen. Jedes Baby, das im Final Fantasy-Universum mit dem Namen Sitch getauft wird, ist dazu verdammt, ein Ehrschiff zu bauen. Segen und Fluch zugleich. Ich meine, hier war noch jemand. Hä? Ah, ihr beiden. Ich dachte, ihr seid schon weg. Looks like the wall between the realms is gone. And we can finally get out of here. I guess I should thank you, Chocobo. Hmm. At least I didn't get bored with you around. I miss you. But it's time to say goodbye. Let's go, Volg. Our next treasure is waiting for us. Roger. The thing about treasures is, you gotta really want it in order to get it. You've got a lot of potential. When you find your own treasure, be ready to seize it. I'll see you around. Time to say goodbye. Yeah. Leider ja doch. Und mir fällt kein anderes Wort, zumindest kein anderer Satz mehr dazu ein. Meine Lieben, ich hoffe, Chocobo's Dungeon hat euch gefallen, hoffentlich genauso wie mir. Auch das zweite Mal Spiel mit den Zusatz-Dungeons hat mir wunderbar gefallen. Ich bedanke mich auch bei euch für eure Geduld mit mir. Ich meine, es sind doch schon sehr viele Parzels geworden. Ich hatte auch gehofft, dass es ein bisschen schneller vorankommt, aber naja, es ist halt ein Dungeon-RPG, ein Rollenspiel. Und moderne Rollenspiele haben halt diesen, ja, Beigeschmack, dass sie doch sehr zeitintensiv sind. Aber dafür mit gelbem Knüttelfaktor. Und, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich nochmal bei euch. Und es wäre, ja, wirklich eine Freude, wenn ihr auch beim nächsten Let's Play wieder mit dabei seid. Und dann sage ich an dieser Stelle mal wieder, bis bald, Chibiches!